Bis zu 30% niedrigeren Verbrauchswerten. Am Beispiel des Topmotors mit 136 PS zeigen sich die hervorragenden Qualitäten der Audi-Triebwerke. Er verbraucht nach DIN bei konstant 90 kmh 6,1 Liter, bei 120 7,8 Liter, im Stadtzyklus 12,5 Liter. Aus diesen DIN-Werten errechnet sich ein Drittel-Mix-Verbrauch von 8,8 Litern Super pro 100 km. Bei einer konstanten Reisegeschwindigkeit von 150 kmh Verbrauch nur 10,2 Liter auf 100 km. Höchstgeschwindigkeit 200 km pro Stunde. Alle neuen Audi 100 haben 80 Liter Tankinhalt. Je nach Triebwerk und Fahrweise können sich daher Reichweiten bis zu 1000 km und mehr ergeben. Der Fahrer eines Audi 100 muss also nur selten Tankstops einlegen und kann sich die preisgünstigsten Zapfsäulen aussuchen. Außerdem besonders wichtig, falls Tankstellen am Wochenende geschlossen sind. Sämtliche 5-Zylinder-Motoren werden serienmäßig mit dem 4 plus E-Schaltgetriebe kombiniert. Die Senkung der Motordrehzahl im E-Gang bewirkt Verbrauchtsreduzierung und kommt ja langliefigkeit des Možos zuge. Verbrauchtsreduzierung 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 Automašinai būs vien mēnesis techniskā apskata darīga. Varēs aizbraukt, kur jābrauc, ja baigi daudz jābrauc. Auto darbojas, strādā. Sarkans. Mēs ir uzlīmes visā cirsumašinai. Das ist svarīgākai šī. Das ist svarīgākai tā, kas logā uz mēnesis. Pārējais, das ir kāp un brauc. Bet lec tikai labiem cilvēkiem. Ok. I guess that's it. Piesa kēs. Lausē es podkās. Jēmu brauc. No. Der Audi 100 hat eine wartungsfreie Zahnstangenlenkung.